Dieser Volkswagen Turan steht hier zum Verkauf. Der silberne Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 160.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 177 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 5,7 Liter pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017